Hallo Leute, es geht weiter mit Alice Madness Returns. Ich habe zuletzt die Geiste befreit und... frag mich, wo ich jetzt lang kann. Hier anscheinend doch nicht. Wo haben sie mir denn die Tür jetzt aufgemacht? Oder sind sie da jetzt verschwunden und ich bin doch wieder zu weit gelaufen und... Leute, wo ist der Weg? Kann ich mir da noch Kisten holen? Wo auch was drin ist? Wo was drin ist, habe ich gesagt. Toll, nichts drin. Freut mich. Ja, und jetzt? Jetzt hier alles dicht und... Blüte, Scheiß, Kisten. Nee, dann ist der Weg doch da. Dann bin ich doch richtig gelaufen. Bestimmt muss ich einfach ganz zurück. Da hinten durch. Da war ich... Da komme ich, glaube ich... Komm ich daher? Auf jeden Fall kann ich jetzt hier lang. Genau. Unheimlich hier. Ah, der Weg. Am Rande des Wahnsinns kann Alice in Hysterie verfallen und entwickelt ungeahnte Kräfte. Eine Rutschpartie. Das ist doch mal wieder was Nettes zur Abwechslung. Das machen wir mal. Ist zwar auch wieder so mit Steuerung und Aufpassen und so, aber... Na ja, kriegen wir schon hin. Hups, hups, hups. Ja, wenn du noch weiter von der Bahn abkommst, dann... Ja. Stirbst du, Alice? Dann stirbst du. Kann man eigentlich auch bremsen? Ich meine, wenn ich so... Oder kann ich nicht? Ist auch schön, wenn... meine Framerate hier gar nicht hinterherkommt. Das schaffe ich doch wieder nicht hier. Uah. Uah. Nein. Warum fliegt sie... Ja, es leckt mich. Es fängt schon wieder gut an, der Part. Echt. Ich möchte bremsen. Alice. Alice. Was machst du da eigentlich? Das bin doch nicht ich. Ich will das doch gar nicht. Ey. Na Mann. Ey, Aufreger. Echt. Ganz ehrlich. Wenn man nicht bremsen kann. Oh. Ich hab's im Moment, ne? Mit dem Spiel. Ich freu mich zwar immer voll, dass wir weiterspielen und dann kommt wieder sowas und... Und sowas. Und das macht sie alles von alleine. Das mach ich hier nicht. Ja. Auch sowas hier. So hin und herjumpen. So ne komische Kacke. Von... Von einer Bahn auf die andere. Echt. Das spackt. Das spiel doch. Ganz ehrlich. Bleibst du da... Alleine das hier. Das... Das... Mein Spiel ist voll buggy. Kein Wunder, dass ich das hier nie hinkrieg. Hallo? Hallo. Kannst du mal aus der Ecke raus? Ähm. Alice. Ja. Bleibt wohl wieder nur das Sterben, ne? Oder was soll ich jetzt machen, bitte? Schön. Ich... Weiß nicht, was ich machen soll. Das... Kotzt mich an. Es kotzt mich an. Sieht ein bisschen behindert aus, was sie da macht. Fall doch einfach runter und wir machen das Ganze nochmal. Mal. Ja. Ja, ja, ja. Ich sag dazu mal, Nick. X. Nein. 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 Nein, das ist nicht euer Ernst. Das ist... Nein. Das ist nicht euer Ernst. Achso, ich dachte schon, ich muss die Geister wieder nochmal machen. Gott sei Dank. Gott sei Dank muss ich die Geister-Scheiße nicht nochmal machen. Ich glaube, ich glaube, ich muss die Geister-Scheiße nicht mehr machen. Wie überlaufe ich diesen Weg hier? Huch. Da wird mir noch was angezeigt, ne? Ist hier was um die Ecke? Oder warum? Kann man eigentlich die Gräber kaputt machen? Ah, guck mal, was ich hier noch übersehen habe. Das ist ja... Gut. Gut. Damit hat sich das Sterben schon wieder gelohnt. Muss ich... Muss ich zugeben. Mal was ganz anderes hier. Ich glaube, hier war ich noch nie. Und endlich kann ich immer meine Energie tanken. Ganz in Ruhe. Ohne, dass ich einem Licht folgen muss. Die Dunkelheit mein Herz zerreißt und... Ja. Hol mal schön... Schön alles nach. Trink die Blume aus. Sehr schön. Das, äh... Gut. Erklärt ja einiges. Wenn ich das hier in Ruhe machen kann, so eine Sache, dann geht das ja auch noch. Aber... Das hier ist auch nur eine Sekunde Zeit jetzt. Glaube ich. Was... Mach ich? Sie hat's nicht geschafft. Das war klar. Ich schätze es immer so auf gut Glück ab. Und naja. Mal klappt's und mal nicht. War denn da noch irgendwas? Ich, äh... Ich, äh... Ich meine, wenn ich jetzt hier langgekommen wäre, komme ich da hinten hin, ne? Hm. Ich versuch's nochmal. Einfach... Weil man's ja soll. Ja, nein, 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 er bleibt da drauf. Äh... Ja. Okay. Wer eine Seele zerstört, zerstört eine ganze Welt. Darin liegt viel Weisheit, Alice. Cool, ich hab' ne Erinnerung gefunden. Yippie. Und die Sachen hier. Ich bin grad froh. Muss ich doch sagen. Ich bin doch froh, dass es grad gebackt hat. Ich neu gestartet hab' und... Ich hier allerlei Kram grad finde, der vorher nicht da war. Ah, ach so. Hier kommen wir gerade raus und her. Ich hatte nämlich grad ein bisschen die Orientierung verloren. Mhm, okay, alles klar. Gut. Cool. Aber warum... Speichert das nicht automatisch an dieser Stelle hier jetzt? Ich sollte... Das Spiel wollte, dass ich, äh... die Erinnerung finde. Es backt schon wieder. Es... Dieser letzte Moment gerade eben, wo sie von alleine da so... Sie schwebt halt gar nicht beim Springen wie sonst gerade eben. Es ist so... Ganz komisch an dieser Stelle jetzt hier. Ja, das mein' ich. Sie bleibt... Sie fällt viel zu tief. Und dann kann ich nicht mehr, ähm, hochspringen. Das ist dann zu tief schon. Ich hoffe, ich schaff's jetzt. Ja, komm. Rüber mit dir. Nein, mach keine Scheiße. Einfach raus aus dem Maul. Oh, Gott sei Dank. Speicheruhr bitte. Danke. Kolossaler Verfall. Ja, der ist mächtig. 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 Kolossaler Verfall. Köpfchen. Komm. Köpfchen. 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 Hilfe! Geh aus der Ecke raus. LSG aus der Ecke raus. Das mit dem Regenschirm funktioniert gar nicht mehr. Ja. maporte. Waspchen. Waspiden. Sonic. Woch. Oder. Ä radiation. believed. Woch. The other city could сред Yang. Waspiden. Waspiden. Woch. Habe ich ihn hingekriegt? Ich glaube, ich habe ihn hingekriegt. Okay. Ach ja. Es wird nicht einfacher. Ich habe irgendwann am Anfang des Spiels gesagt, dass es schön richtig so immer weitergeht und nicht dabei bleiben wird und es immer mehr werden und es immer schwieriger wird. Und ja. Genau, so ist es jetzt. Ihhh, tote Fische. Die ich nicht... Öhhh, voll der eklige Fleischberg mit Blutspur. Aber vorher gehen wir noch hier rein. Ach, wieder so eine Passage. Und zum, äh... Oh, ja, okay. Da gibt es wieder eine andere Herzhälfte bestimmt. Ach ja. Gut, dann machen wir das mal. Da muss ich mich aber... Moment, das kann ich ja von hier aus erst mal erledigen, oder? Ne? Kann man doch mal machen. Äh, Alice, das war jetzt richtig dumm. Ich seh' ich seh' ich seh' das Ding nicht. Scheiße. Äh. Ich seh' das Ding da vorne. Ich... Ja. Ich wollte mich eigentlich grad klein machen und nach dem Ding Ausschau halten, aber es funktioniert wie immer super. Ist okay. Wo bist du? Wo bist du? Ding. Gott sei' Dank. Hoch mit dir. Wohin? So. Ach, geschafft. Huh. Huh. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine... Töte. Oder werde getötet. Ah, meine Freunde. Oh, ich wollte abhauen. Oh, sie steht davor. Das find ich gut. Sehr gut. Hallo. Na, komm. Ah, Mann. Bin doch schon gut flüchtet. Aua. Ich kann nicht schießen. Oh, ich kann nicht schießen. Was, noch mehr? Was? Oh, wie fies. Was? Oh, ich kann nicht schießen. Nein, keine Raserei. Nein, 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 nein. Scheiße. Hätte ich mal doch die Raserei genommen. Ja, ja, ich möchte fortfahren. Mann, das ist so schwer. Warum, warum? Also eine Runde reicht ja wohl, oder? Kommen da auf einmal nochmal so fünf Teekan-Dinger und was weiß ich nicht was. Ja, komm, rein mit dir. Das Ganze nochmal, geht ja nicht anders. Shitte, ey. Voll die Kampf-Action-Parts. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine... Ich streng mich echt an. Ich habe auch gar keine Zeit zum Reden. How up, da? Ja. Ich mach ihn schlafen. So, da kommen sie wieder alle. So, da kommen sie wieder. So, da kommen sie wieder. So, jetzt steht er frei. Na, komm. Na, komm. So, da kommen sie wieder. Oh, endlich mal. Ey, mach doch mal was. Ja, ist gut, ey. Ja, Raserei. Nein, nein, nein. Ich will nicht sterben. Ey, das gibt's nicht, ne? Kann er jetzt mal wieder normal schießen? Kann er mal... Na, endlich. Na, endlich. Meine Fresse nochmal, kann man nicht anders sagen. Kurz vorm Sterben, nur auf Hochkonzentration, meine Hände schwitzen schon und ich darf das Ding hier einsammeln. Die Rosenfarbe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aus diesem Grund hab ich damals, wenn wir durch diese, ähm, durch dieses Schneckending da rutschten, ich weiß nicht, ja, diese, diese Röhre. Wenn man die halt immer entdeckt, weiß man ja, okay, jetzt geht's wieder um ne Rosenfarbe. Und zuletzt haben wir halt ja immer in diesem schönen Tränentalbereich mit der Hexe, die bekommen. Hexe, was? Quatschig. Mit der Katze, meine ich. Äh, oh ja, ich bin so angespannt. Ähm, ich denk die ganze Zeit, ich muss hier wieder irgendwas machen. Äh, und da war ja nichts los. Da musste man ja nichts machen. Wir haben einfach die Rosenfarbe gekriegt und gut ist. Und jetzt geht's halt los, dass man, ähm, ja, dass man jetzt halt richtig hier kämpfen muss, um das zu schaffen, um die Farben zu kriegen. Boah, wie eklig. Ich bin einfach nur froh, wenn wir das immer durchhaben. Das ist nämlich richtig schwer, finde ich, immer. Klar könnte ich auch sagen, nee, mach ich jetzt nicht, dann kommen wir storymäßig schneller voran, aber ich will die Rosenfarbe natürlich haben. Bilder sagen mehr als Worte. Manchmal mögen wir sie nicht, manchmal verstehen wir sie nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.